Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth und dass das hier noch ein bisschen präzisiert wird und alles und überhaupt. Und ich habe hier letztes Mal so ein bisschen holterdiepolter den Part beendet, weil wir schon wieder zeitlich so weit fortgeschritten waren. Komme ich da nach unten gar nicht auf die Plattform? Scheinbar nicht, zumindest noch nicht. Ich habe mich beim letzten Mal ja noch so ein bisschen beümmelt wegen Clouds Körperhaltung und Geräusche, die er so von sich gegeben hat, als er resigniert feststellen musste, dass es da nicht weitergeht. Aber was nicht geht, das geht nicht. So, ich habe ja, als wir beim letzten Mal reingekommen sind, auch aus größerer Entfernung irgendwas leuchten sehen, dass ich jetzt nicht mehr leuchten sehe, was so ein bisschen auf eine mögliche Materie hingedeutet hat. Wobei der Strahl vielleicht auch... In diesem Gebirge scheint es noch immer reiche Vorkommen zu geben. Atmet nicht zu viel davon ein. Auf eine Marco-Vergiftung kann ich verzichten. Ja, mit einem jungen Cloud auch immer noch unterwegs, hatte ich vergessen zu sagen, aber ihr werdet wahrscheinlich die vorigen Parts auch gesehen haben, beziehungsweise wahrscheinlich diesen Punkt und dieses Kapitel hier schon links abgeschlossen haben. Okay, und jetzt? Ach, ich kann das Ding... Ach, ich kann das Ding bewegen. Ich dachte, das wäre nur... Ich dachte, das wäre nur so minimal beweglich. Also, man könnte es so aktivieren und deaktivieren. 70% ist gut. Was habe ich denn davon, wenn ich das hier tue? Am Ende ist es vielleicht sogar Voraussetzung, damit die Tür da aufgeht. Da sehe ich nur noch eine rote Lampe. Jawohl. Ah ja, das war also nicht mal optional, sondern scheinbar der richtige Weg. Okay, wieder was gelernt. So, jetzt geben wir mal genau ein paar Megatränke und so. Ich nehme alles dankbar an. Solange wir hier keinen Händler haben, über den ich mich eindecken kann, sind alle Heilmittelchen gern gesehen. Ob schwach oder stark, das ist einerlei. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Was ist das hier? Die Luftfilteranlage ist per Kabel mit einer Makroentsorgungseinheit verbunden. Ah ja. Äh, Kommandos untersuchen. Hä, kann ich damit irgendwas machen? Ich kann mich nur heilen. Komisch, dass das hier nochmal so gesondert angezeigt wird, aber jetzt sind wir auf jeden Fall bestens informiert. Na gut. Dann lasst uns in den Aufzug einsteigen und gucken, wo uns die Reise hinführt. Warum habe ich hier zwei Knöpfe? Zwei Knöpfe sind eine Option zu viel. Warte mal, hier ist das Symbol dran. Und hier ist es nicht dran. Ha. Entsperrung des Lifts. Wir müssen jetzt eigentlich in die falsche Richtung fahren. Und wir fahren nach oben. Also wäre unten richtig gewesen? Hm. Ich glaube, ich habe den optionalen Dachbereich gefunden. Hier müsste demnach eigentlich immer noch... Warte mal. Nee. Hier ist das Symbol nicht. Hier ist das Symbol auch nicht. Okay, warte. Was sagt die Karte? Die Karte sagt auch, dass hier nicht der richtige Weg ist. Na gut, wir gucken einfach mal. Na wobei. Das sieht aber schon... Das sieht aber schon richtig aus. Bin ich hier rüber nicht reingekommen? Nee, die Karte hat sich gerade neu aufgedeckt. Meine ich aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. Okay, ich brauche jetzt irgendeine Beweiskiste. Oder irgendwas, was mir belegt oder widerlegt hier schon mal gewesen zu sein. Nee, das war nicht der Zugang. Aber wo soll das hinführen? Warte mal. Wo ist jetzt hier der Marker für den richtigen Weg? Warum sehe ich den nicht? Ach doch, da. Hä? Dann ist hier doch der richtige Weg. Dann war das aber mit den Scheitern hier im Aufzug falsch gekennzeichnet. Zwei hatte ich zur Auswahl. Einmal mit Symbol, einmal ohne. Ist hier noch irgendwas? Und ich habe den ohne genommen und bin trotzdem scheinbar richtig. Na gut. So, warte mal. Dann probieren wir jetzt einmal den hier. Untersuche den Reaktor. Jetzt komme ich ja gar nicht weiter. Nee. Der lässt mich den gar nicht mehr benutzen. Vielleicht hätten mich aber auch beide Schalter in die gleiche Richtung gebracht. Ich weiß es nicht. Ich werde es nie erfahren. Es sei denn, ihr sagt mir das. Warte mal. Könnte man hier noch Kisten kaputt machen? Ja. Wir wollen hier nichts fliegen lassen. Gar nichts. Jeder Trank wird hier in diesem Let's Play gewertschätzt. Denn es könnte immer ein Horrorhaus 2.0 kommen. Und damit meine ich nicht, dass nochmal irgendwie so ein Hausboss kommt. Sondern irgendwas in ähnlicher, in ähnlichem Beanspruchungsgrad, sage ich mal. Aus meiner Perspektive betrachtet. Ich will damit natürlich nicht den Leuten, die das Vieh einfach fanden, das auch absprechen. Aber die hast du ja immer. Selbst die schwersten Spiele der Videospielgeschichte. Du wirst immer Leute haben, die sagen, alles Pipifucks mit der richtigen Strategie. Alles easy und so. Mag sein. Für andere. Für mich nicht. So. Gibt es hier irgendwas Schönes? Oh, es ist so schön, dass der Frust vom Anfang mit dem langsamen Laufen, dass das so ein temporärer Zustand war. Ansonsten wäre es auch komisch gewesen. Da wäre ich sicherlich auch nicht die Einzige gewesen, die sich daran gestört hätte. Ich glaube, da hätte selbst der Die-Hard-Fan von nebenan sich mehr angeschlossen. Wenn er mal ganz ehrlich in sich gehen würde, zumindest. Öffentlich wahrscheinlich nicht. Niemand ranted öffentlich gegen seine Lieblingsspiele. Das ist meist ungeschriebenes Gesetz. So. Warte mal, habe ich hier noch irgendwas? Ja, aber ich habe safe in diesem Reaktor-Ding, in dieser Messstation, noch was ausgelassen. Ich bereue, dass ich nicht in die andere Richtung mit dem Fahrstuhl gefahren bin. So. Hi. Das sieht nach Kampf aus. Die Frage ist nur, wer oder was kommt. Oh. Weiter. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ach, nee. Ich habe mir meine Frage gerade selber beantwortet. Soll ich sie noch aussprechen oder nicht? Ist schon ein bisschen peinlich. Okay, ich sage es euch. Ich habe mich gerade kurz gefragt, warum ich eigentlich Ramu und Leviathan nicht, äh, nicht habe. Bis mir dann kurze Zeit später wieder einfiel, dass man Kapitel 1 dafür abgeschlossen haben muss. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Also hier doch kein Kampf. Zumindest noch nicht. Ich bin auch sehr gespannt, wie das hier mit dem Backtracking später sein wird. Ob die dich immer wieder, wenn du Sidequests abschließen willst, an alte Orte schicken. Oder ob das eher überschaubar ist. Ich bin kein Freund von Backtracking. Es sei denn, du kehrst an Orte zurück und kannst neue Teilareale. Oha. Jetzt schon Elixier. Okay. Nicht schlecht. Mal gucken, ob wir es brauchen werden. Ähm, wenn du dann so neue Teilareale und so hast, dann ist es okay, wenn du zum Beispiel einen Schlüssel hast und dann in so einen Bereich kommst, wo du vorher nicht hinkonntest. Aber so 10.000 Mal in die gleichen Gebiete zurückschicken. Ja, muss nicht unbedingt sein. Und ja, meistens ist das optional, aber ich gehe mal schon davon aus, dass die meisten Leute schon... Ich gehe schon davon aus, dass die meisten Leute Sidequests mitnehmen. Vielleicht nicht immer vollumfänglich, aber schon hier und da. Auch weil das in vielen Spielen ansonsten vom Schwierigkeitsgrad halt auch schwer ist. Weil meistens sind das ja die Haupteinnahmequellen für Erfahrung und Geld. Oha. Ja, das mulmige Gefühl kann ich nachempfinden. Jetzt umso mehr. Ach, die grüne Neune. Tifa, bist du okay? Cloud! Hey! ! Aaaah! Ah! Ah! Aber schön, dass wir auch den Gardisten geholfen haben. An die denkt wieder keiner, war mein erster Gedanke. Aber wir konnten leider nicht beide retten. Hoffen wir, dass er Glück hat. Kennst du den Weg? Ja. Das Dorf liegt flussabwärts, nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Werde dich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Na, endlich. Herzlich willkommen. Eine waschechte Antagonisten-Ikone schließt sich uns an. Sehr gut. Klettern. Mauern und Felswände, die dir Halt bieten, kannst du hinaufklettern. Nähere dich ihnen, um hoch zu springen und hangle dich dann mit. Mit, was ist das, links von Halt zu Halt. Das funktioniert übrigens auf dieselbe Weise auch nach unten. Okay. Klingt relativ easy. Äh, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach ja, bei der Szene mit der Strömung, ne? Ich will ja hier nicht wieder auf Realismus pochen, aber wie kann es sein, dass ein Zephyroth überhaupt nicht von der Strömung mitgezogen wurde, die ja scheinbar sehr stark war. Und jetzt kommt mir nicht mit, der ist alt und stark und hat einen festeren Stand oder sowas. Also so groß ist der Altersunterschied hier doch gar nicht zwischen denen, oder? Auch wenn Zephyroth am Anfang, ich glaube gleich in der ersten Folge, äh, Cloud als Kind betitelt hat, wo ich mir auch so dachte, naja, so viel älter bist du jetzt auch nicht. Aber keine Ahnung, wie viele Jahre zwischen denen liegen. So, dann lass uns mal klettern, nachdem ich festgestellt habe, dass man hier scheinbar nichts, äh, aufsammeln kann. Ey, das ist ja richtig blondinensicher hier. So, wirklich einfach nur in die Richtung drücken. Das ist relativ einfach. Wofür ist dieser Halt hier gedacht? Keine Ahnung, ich werde mich jetzt nicht fallen lassen. Ist mir zu riskant. Auch wenn ich dafür vielleicht akzeptieren muss, einen Schatz zu übersehen, aber den wird man ja von hier oben erkennen. Da ist eine Materie, ja. Hello, hello. Oh, und die erste Bank. Rastpunkte. Wenn du dich auf Bänken an sicheren Orten oder den Betten in Herbergen ausruhst, werden deine TP und MP vollständig geheilt. Geil, oh. Okay, erstmal, oh, 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 erstmal das Wichtige. Erstmal Zeug sammeln. TP-Boost. Das ist sogar eine meiner Lieblingsstandard-Materias. Die, äh, lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Die Frage ist nur, kann man Sephiroth jetzt auch mit Materia versehen? Erhöht den maximalen TP-Wert mit mehreren Materia kombinierbar? Maximale TP plus 30 Prozent. Ja, auf den höchsten Wert. Da sind wir jetzt noch relativ weit von entfernt. So, Ausrüstung kann ich immer noch nicht anpassen. Bei ihm ist das auch noch versperrt oder gesperrt, aber er hat ein paar Materia, auf die wir zugreifen können. Wiederbeleben heilen. Luft-Amplifikation. Geloot-Amplifikation hat er zweimal. Ey, verliere ich sehr viel Roth dann irgendwann nach einer Zeit wieder? Muss ja. Würde es Sinn machen, ihm jetzt alle Materia einmal abzunehmen, um die später mitnehmen zu können? Hm, ich verlasse mich mal jetzt drauf, dass es so weit nicht kommt. Also, dass man das nicht übertragen kann. Ansonsten. Ach, die können, warte mal, das stand doch gerade, die können nicht geändert werden, oder? Jetzt lese ich einmal nicht vor und bekomme das nur am Rande mit. Ich glaube, ich kann die gar nicht an Cloud übertragen. Das hat mir der Text gerade bestätigt. Er hat mal Samune, Gloria, Armschutz, Ring der Stärke und Höllenvorteilsfertigkeit. So, und er hat deutlich bessere Stats als Cloud. Alles andere würde auch wenig Sinn ergeben. Ja, eigentlich bei manchen Punkten sogar mehr als doppelt so viel. Kann man mal machen. So, hello, Rastpunkt. Ich nenne das Ding am liebsten Parkbank. Weiß ich nicht, hat so einen ganz anderen Charme. Rastpunkt ist mir irgendwie zu wenig bildlich. So, jetzt kann ich ja hier richtig verkacken mit der Bank. Nebenan ist alles halb so wild. Von daher... Äh? Habe ich das gerade gewechselt? Das hat er automatisch gemacht. Zwischen Charakteren wechseln. Du kannst zwischen den Charakteren in deiner Gruppe wechseln, um einen Vorteil aus der jeweiligen Kampfsituation zu ziehen. Außerdem ist es möglich, deinen Gefährten zu befehlen, ihre Fertigkeiten einzusetzen, ohne zu ihnen wechseln zu müssen. Äh, Steuerkreuz, Wechseln des aktiven Charakters, Gefährten, Befehle geben. Du kannst auch während des Blockens zu einem anderen Charakter in deiner Gruppe wechseln. Okay. Sephiroth stärken. Hä? Da hätte man doch ein S hinten dran hängen können, anstatt das Apostroph. Also, wisst ihr, was ich meine? Naja, drücke Viereck, um Nahkampfangriffe mit Sephiroths Schwert Masamune auszuführen. Gedrücktheiten führt stattdessen ein Distanzangriff aus. Nach einer bestimmten Anzahl erfolgreicher Angriffe können mit Dreieckfolge Angriffe wie Klingenstoß oder Schwerttanz angewendet werden, die die Limitleiste aufladen. Während des Blockens mit R1 verharrt Sephiroth in seiner Konterstellung. Drücke zeitlich auf den gegnerischen Angriff abgestimmt Viereck, um ihn zu parieren. Okay. Weiß ich nicht, ob wir das hier jemals sehen werden, aber... Äh... Klingt auf jeden Fall alles gut. Warum soll ich nicht mit ihm spielen, wenn... Warte mal... Ey, der Distanzangriff ist ja cool. Das ist ja mega. Also macht jetzt halt nicht so mega den Schaden, aber... Dass er eigentlich hinten in der Ecke chillen... Und einfach, äh... Wenn der Gegner nicht allzu stark ist, da gemütlich... Hier die Eier schaukeln. Entfesselt per Schwertstreich eine schneidende Energiewelle, kann in der Luft eingesetzt werden... Und stürzt mit vorgehaltener Klinge auf den Gegner zu. Er stürzt sich da mal rauf. Immer Ruf auf die Wanze. So. Sehr gut. Äh... Anführer wechseln. Der gegenwärtige Anführer der Gruppe ist Sephiroth. Der Anführer ist bei Kampfbeginn der jeweils aktive Charakter. In den Kampfeinstellungen des Hauptmenüs kannst du den Anführer mit Dreieck ändern. Hier steht, dass er der Anführer ist. Aber steuert man den dann nicht auch? Im Text stand gerade, dass Sephiroth der Anführer ist. Und das ist er auch. Der ist hier so gekennzeichnet. Aber wie steuere ich den? Also ich meine, der switcht im Kampf ja immer rüber. Aber ich würde auch gerne mit dem rumlaufen. Und sein wallendes Haar bestaunen. Wenn ich gerade von irgendeiner Klippe stürze, weil ich den Sprung verkackt habe. Aber das bleibt mir verwehrt. Nie wird mir irgendwas gegönnt. Oh, ich habe mich gerade voll eingesperrt im Geröllhaufen hier. Ey, dass sich hier die Paletten nicht kaputt machen, ist auch spannend. Wir haben schon viel stabilere Sachen hier kaputt geschlagen in den letzten Folgen. Wo sind die Schätze? Zu wenig Schätze. Wobei, wir haben gerade eine Materia eingesammelt. Ich bin mal ganz leise. Das ist schon okay. Denn es liegt noch nicht allzu weit zurück. Nee, da nach oben kommst du nicht. Kannst da machen, was du willst. Was nicht geht. Das geht nicht. Und rein ins Getümmel. Rein in die nächste Höhle. Die ein bisschen weitflächiger ist. Oh. Hier ist das Zeug auch. Ja. Ziemlich konzentriert. Seht euch vor. Mein Tiefer. Marco, dieser Dichte ist gefährlich. Wir müssen hier schnell durch. Weniger rauchen, ey. Die raucht bestimmt immer heimlich auf dem Schulhof. Wenn sie in ihre Nibelheimer Oberschule geht. Ja, ja. Von wegen die ganzen Gase hier. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das petze ich deiner Mama. Aber so, Fertigkeiten, Höhlenpforte. Lass uns damit nochmal ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, der hat gerade volle Möhre daneben gehauen. Aber egal. Sephiroth ist stark genug. Dem macht das nichts aus. Wobei, eigentlich ist er auch gar nicht der Wackelkandidat. Wenn ich Sephiroth steuere, dann muss ich eher gucken, dass Cloud mir nicht abnippelt. Warum ist Tifa hier eigentlich nicht mit angeführt? Ist sie noch zu jung? Aber die hat doch das gleiche Alter wie Cloud, oder? Ich werfe schon wieder mit gefährlichem Halbwissen um mich. So, warte mal. Ich brauche jetzt irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge, in der ich das hier alles ablaufen will. Hier laufe ich jetzt auf eine Sackgasse zu, wenn ich am Rand bleibe. Das ist schon mal eine gute Motivation. Kommt man da nicht runter? Das sieht so auffällig aus. Hi, Materia, du schnuckeliges, süßes Ding. Äh, gestärkte Attacke. Ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen Slotmangel, oder? Oder hatte ich hier noch einen offen? Nee. So, ab sofort heißt es Priorisieren. Ähm. Boah, weißt du was? Ich glaube, ich ändere hier wieder Materialismus auf. Ähm. Ich will, glaube ich, die Glut verstärken. Wir tauschen jetzt die beiden mal. Ja. So, TP-Boost-Analyse. Was ist am ehesten entbehrlich? Eigentlich schon wieder gar nichts. Eigentlich am ehesten TP-Boost, oder? Ich weiß nicht. Gestärkte Attacke. Was kannst du denn? Ermöglicht den Einsatz von Magie, die die physische und magische Attacke stärkt. Macht bei einer Verbindung mit der Materia Widerstand außerdem resistent gegen eine Schwächung der eigenen physischen und magischen Attacke. Das heißt, eigentlich am ehesten entfaltet ich das Potenzial, wenn ich das mit Widerstand kombiniere. Und Widerstand haben wir noch nicht. Ich glaube, das Spiel hat mir die Entscheidung gerade abgenommen. Warte mal, Sephiroth konnte ich ja keine Materie anlegen, richtig? Nee, können nicht geändert werden. Da steht es nochmal. Guck mal, zweites Mal kommt der Hinweis nicht. Also, wenn du das Menü einmal komplett verlässt, dann schon. Aber ansonsten eher nicht so. So, was haben wir hier? Das ist die eigentliche Sackgasse gemäß Karte. Aber die Belohnung gab es schon vorher. Na gut. Hier können wir diese giftigen Gase wahrscheinlich nicht irgendwie aus dem Weg räumen. Was ich aber komisch fand. Warte mal, hier unten. Hier ging es doch an einer Stelle. Ah, die Dinger kann man auch kaputt machen. Okay. Ich bin doch gerade irgendwo nach unten gelaufen. Wo waren das? War das hier? Das ist gar nicht so untenmäßig, wie ich dachte. Bin ich hier richtig? Ich weiß nicht. Ich verwirre mich schon wieder. Verliere ich Energie, wenn man hier durchläuft? Durch diese vermeintlichen Giftgase? Schwer erkennbar. Ich könnte, ja gut, ich könnte ins Menü gucken. Aber nee, wir haben immer noch gute Gesundheit. Auch wenn nicht Maximum. Aber es ist, man kann damit arbeiten. So, warte mal. Jetzt mache ich hier erst mal. Guck mal, MP Heilung durch Marconid. Also Kristalle zerstören kann sich lohnen. Es muss sich nicht lohnen, aber auf einen Versuch kann man es ruhig mal ankommen lassen. Ist schon schön, der Ort hier. Der erinnert mich ein bisschen an ein Gebiet. An eines meiner Lieblingsgebiete, muss ich sagen. In Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise. Da fand ich das Spiel gar nicht so geil. Aber die Gebiete haben mir schon gefallen. Da mochte ich auch das Kampfsystem nicht. Also dadurch, dass ich es hier auch nicht mag, mögen vielleicht Leute, die das Remake-Kampfsystem mögen, auch das in Stranger of Paradise. Kein Plan, warum kann ich diese Kristalle nicht zerstören? Die sind auch ehrlich gesagt ein bisschen zu hübsch, um sie kaputt machen zu wollen, aber ich will trotzdem. Ich bin angetreten. Ich habe mir das Spiel nur vorbestellt, um Dinge zu zerstören. Und um meinen Red-Faction-Entzug ein bisschen zu kompensieren, das Ewigkeiten her. Habe ich in dem einen oder anderen Display schon mal erzählt, das Spiel taugt mir eigentlich gar nicht. Aber dieser Zerstörungsmodus da, der hat extrem gebockt. Also ich habe es auf der 360 gespielt. Gibt, glaube ich, inzwischen auch ein paar mehr Teile von. Und hat nichts mit JRPGs zu tun. Eine Mako-Quelle. Absolut. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materia eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? In den Materia ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Magie ist echt komisch. Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißblut bringen würdest. Der duldet nicht mal das Wort Magie. Weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Hojo aus der Forschungsabteilung. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Los, weiter. Okay, langsam gewöhnt man sich an den, in Anführungsstrichen, neuen Zephyroth in seiner Anführerrolle, die er hier einnimmt. Und der Kontrast wird bestimmt heftig ausfallen, wenn man ihm das erste Mal wieder so begegnet, wie man ihn eigentlich kennt, sage ich mal. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wenn wir dann in Kalm hatten, hat man unsere Leute zuletzt gesehen, ne? Wenn man da dann sich frei bewegen kann. Ich habe auch mega Bock, mir die Stadt anzugucken und so. Das ist eigentlich eh das größte Highlight, finde ich, in diesem ganzen Remake hier. Neben der Frage, was wir aus der Story gemacht haben, aber da bin ich auch, was die Details angeht, nicht unbedingt sattelfest. Aber, äh, was ich eigentlich meinte, war, dass, äh, die, äh, wie, wie das alles designt ist. Genau, das macht für mich so mit den, den größten Reiz aus. Ja, warte mal, hatte er, er hatte auch Magie, ne? Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, welche Elemente er bedienen kann. Ist der andere jetzt schon cool? Nee, jetzt geht das hier schon wieder los, dass ich den eigentlich anvisiert habe. Und er springt einfach auf irgendeinen anderen Gegner, obwohl ich den anderen noch gar nicht, äh, kaputt gehauen habe. Das ist so ein Ärgernis, was mir sehr bekannt vorkommt. Und das wird mich scheinbar auch hier begleiten. Es sei denn, es gibt hier irgendeinen Trick 17, den ich noch nicht kenne. Aber den hätte ich jetzt beim letzten Hauptspiel plus, äh, DLC Anhängsel. Wenn ich es da nicht, äh, becheckt habe oder verinnerlicht habe, dann gibt es hier wahrscheinlich keine Umgehungslösung dafür. So, ich weiß, hier kam ich gerade her, aber irgendwie gab es hier nichts. So, gar nichts, nichts. Vielleicht hier irgendwie da oben, da leuchtet auch so viel, aber nee. Ich glaube, da habe ich schon mindestens einmal versucht, gegen uns zu hauen. Wir gehen jetzt hier weiter. So, hier versuche ich nochmal mein Glück, aber das sieht zu massiv aus. Das sind immer nur diese kleinen Mini-Kristalle, ja, die hier, die meist mittig aus dem Boden wachsen, wollte ich sagen. Aber jetzt sind sie hier alle eher an den Rändern, was am Ende des Tages vermutlich auch wurscht. So, oh, Licht am Ende des wunderschönen Tunnels. Ich bin gespannt, ob wir heute nochmal so einen waschechten Boss vor die Nase gesetzt bekommen. Oder ob das immer erst zum Kapitelende der Fall ist. Aber spätestens im Makro-Reaktor wird es dann sicherlich einen interessanten Showdown geben. Ich habe ein bisschen Ehrfurcht vor dem Schwierigkeitsgrad, der mich hier erwartet. Ich hatte das ja beim letzten Mal schon erwähnt, aber einige Bosse aus dem Vorgänger haben mir schon einiges abverlangt. Und auch wenn ich mit Ausnahme des Horrorhauses glaube ich an keinem übermäßig lang hing, obwohl ich auch auf normal gespielt habe. Aber ich will das nicht beschwören. Also nicht, dass ich da einfach nur Glück hatte und mich da ein bisschen zu früh freue. Eigentlich freue ich mich ja gar nicht. Also auf die Bosse und auf die Designs und alles schon. Aber nicht unbedingt auf den Schwierigkeitsgrad. Da war gerade ein neuer Gegner, den habe ich nicht analysiert. Uncool. So, und tiefer geht es scheinbar wieder gut. Nachdem sie im Fluss fast ersoffen wäre, aber zwei Minuten später ist alles schon wieder vergessen. Wie jung müsste man wieder sein, ne? Einmal wieder jung sein. Ach, was wäre das schön. Wobei ich nicht alles in der Jugend besser fand als im Hier und Jetzt. Das hat so seine Vor- und Nachteile gelinde gesagt. So, tiefer. Wir sind da, wo du bist. Wenn auch mit ein bisschen Verspätung. Aber Sephiroth, der alte Mann, der bremst uns halt komplett aus, ne? Ich kann dafür nichts. Alles Sephis Schuld. Oha. Oha. Schöne Aussicht. Incoming. Mega. Wie schön will es so sein. Reaper sagt ganz laut, ja. Ich dachte jetzt echt, dass hier eine Szene kommen würde. Vor der Kulisse hätte sich das voll angeboten. So, mit dem Hintergrund und allem drum und dran. So, Leute. Es wird wieder Zeit, den Kletteraffen zu markieren. Machen wir ein bisschen ein auf Assassin's Creed. Wobei ich solche Kletterpassagen inzwischen mehr mit Horizon assoziiere. Also mit Zero Dawn. Verbidden West habe ich noch nicht gespielt. Aber das war... Also Horizon Zero Dawn war das letzte Spiel, was ich mit so Kletterpassagen dieser Art verbinde. Oh, wow. Oh, wow. Was für eine Kulisse, ey. Mega schön. Ja. Und kaum genieße ich diese Kulisse, werden wir hier auch direkt wieder daran hindert, das in vollen Zügen zu genießen. Ich will die gerne einmal analysieren, wollte ich sagen. Unblockbare Angriffe. Wenn der Gegner einen unblockbaren Angriff vorbereitet erscheint, neben dem Namen der Fertigkeit das Symbol bla, versuche solchen Angriffen auszuweichen oder dich aus ihrer Reichweite zu begeben. Das war im Vorgänger auch schon so. So, ich wollte jetzt einmal... Achso, warte mal. Ich muss jetzt den hier noch einmal angreifen. Ich werde jetzt die Analyse runtergehen. Nicht sterben, bitte. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch Dinge mit dir vor. Hier, Doppelhören. Ich habe sein Design auch noch gar nicht gecheckt. Aber den kann ich mir jetzt hier irgendwo in Ruhe gleich angucken, theoretisch, oder? Ein groteskes Wesen, das im Nibelgebirge anzutreffen ist, seitdem es dort wiederholt zu Reaktorstörfällen kam. Bei Gefahr stößt es ohrenbetäubende Geräusche aus. Setzt es seinen Schrei ein, wird es schockanfällig. Okay, und eine Schwäche hat der nicht, aber der ist auch gegen nichts resistent. Okay. Naja, also ich meine, der ist jetzt eh nicht so die Herausforderung. Den Überschall greift, den kennen wir, ne? Der hatte eine Windempfindlichkeit und Zephyroth kann das bedienen, kann er. Sehr schön. Ja, dann ab über die Klippe mit dir. Ja, mit einem gepflegten Windschlag, auch wenn wir jetzt nichts einsammeln können. Aber das ist, glaube ich, egal, oder? Weil die Sachen, die die Gegner droppen, die bekommst du, glaube ich, automatisch übermittelt. Hallöchen, Puppöchen. Wir werden uns gleich ganz nah kommen. Oh, du wunderschöne Materia, deren Namen ich noch nicht kenne. Ich habe eigentlich eh keinen Platz für dich. Eigentlich will ich keine neuen Materia finden. Das macht einerseits, macht das so süchtig und andererseits musst du dann schon wieder priorisieren. Gar nicht so einfach manchmal. So, aber die ist echt, äh, echt, äh, nicht schwer zu übersehen. So, einmal hier runter, gejumpt mit einem gepflegten Sprung. Und, was ist es? Amplifikation. Jetzt können wir auch so tun, als wären wir so ein Sephiroth 2.0 verschnitt. Äh, Cloud. Was war das nochmal? Weite den Wirkungsbereich aus. Drücke im Kampf, um die Wirkung wieder auf ein einzelnes Ziel zu beschränken. Ja. Ja. Nee, dafür gebe ich jetzt, äh, nichts ab. Weil wenn ich zaubere, dann weniger auf Gruppen, sondern eher auf starke Einzelgegner. Auch wenn ich es vielleicht gleich bereuen werde. Aber wenn ich die maximale Dröhnung, Amplifikation haben will, dann kann ich ja den guten Sephir einsetzen. Der wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Auch wenn ich gerade nicht weiß, äh, welcher Zauber da bei ihm gerade gekoppelt ist. Aber der hat ja Amplifikation, glaube ich, zweimal. Ich glaube, der macht nur Flächenschaden. Bei Aero war das, glaube ich, gerade genauso. Ist da nicht so ein komisches Ur-Symbol daneben? Steht das eventuell für, äh, für Flächenangriff? Ich weiß nicht. Da hinten ist auf jeden Fall die nächste Materia. Äh, Monty Saurus. Wieso nicht schon wieder? Der Gegner ist neu. Während des Blockens mit R1 kannst du durch Drücken der entsprechenden Tasten Synchroaktion im Team mit deinen Gefährten ausführen. Synchroaktionen verbrauchen keine ATB-Einheiten und unterscheiden sich je nach gesteuertem Charakter. Wenn du während des Blockens Blar drückst, werden Informationen zu den Synchroaktionen angezeigt. Das kann ich mir alles niemals merken. Äh, wenn, während des Blockens mit R drücken entsprechende Tasten, die dann angezeigt werden oder eingeblendet werden. Ich glaube, das soll man hier üben. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Das war doch RB zum Blocken, oder? Das ist doch sein Block. RB? Ja. Ich finde, dass mir einmal so ein Synchro-Dings hier gelingt. Aber ich glaube, ich sterbe, wenn ich es noch weiter probiere. Und wenn ich so doof in Tornados reinlaufe, dann sowieso. Okay, wir machen den jetzt mal auf herkömmlichen Wegeblatt. Ist vielleicht nicht der allerbeste Gegner, um das zu üben. So, Cloudy Boy. Ich gehe jetzt mal wieder aus Gründen zu dir rüber. Die Schockleiste. Unter der TP-Leiste von Gegnern wird eine zweite Leiste angezeigt, ihre Schockleiste. Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn ein Gegner ins Straucheln kommt, wird schockanfällig unter seiner Schockleiste angezeigt. Greife ihn nun mit Fertigkeiten oder Magie an, um seine Schockleiste besonders schnell zu füllen und ihn vollkommen wehrlos zu machen. Eine Analyse hilft dir, Elementare und andere Schwachpunkte zu finden. Okay. Verstanden. Das Thema war halt auch schon eine Weile bekannt. Äh, analysieren wollte ich dich aber. Montesaurus, lass das mal sein mit den Tornados, die stressen. Ein Vogelwesen, das in Gebirgsregionen zu finden ist. Es hat keine Scheu vor Menschen, im Gegenteil, es entführt sogar Kinder und terrorisiert ihr einen heimischen Oha. Nutze die elementaren Schwächen dieser Kreatur aus oder füge ihr eine bestimmte Menge Schaden zu, um sie schockanfällig zu machen. Alles klar, Auftrag kam an. Das wird dann unser Spezialist Sefi übernehmen. Und zwar mit Ero. Wenn uns das schon so freundlich nahegelegt wird. Auswirkungen des Schockzustands. Wenn die Schockleiste von Gegnern komplett gefüllt ist, stehen sie unter Schock und sind für kurze Zeit handlungsunfähig. In diesem Zustand sind sie nicht nur völlig wehrlos, sondern erleiden auch besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfertigkeit angreifst, kannst du außerdem deine ATB-Leiste sehr schnell aufladen. Nutze diesen Effekt, um einem geschockten Gegner mit mächtigen Fertigkeiten und Magie den Rest zu geben. Okay. Äh, warte mal, dann machen wir das doch. Äh, in Form einer Höllenpforte zum Beispiel. So, und dann kann Cloud hier auch mal irgendwas Sinnvolles beitragen. Zum Beispiel so einen Wildangriff, der irgendwie gerade gar nichts gebracht hat. Äh, warte mal. Der hat aber noch ein paar, äh, Feuer im Köcher. Der macht voll wenig Schaden. Was ist da los, Cloudyboy? Äh, warte, er kann nochmal bis zum Ende. Komm, gib ihm. Jawollo. Also, ich will endlich Waffen-Upgrades machen können. Das fehlt mir ein bisschen. Obwohl ich da auch diese Menüs irgendwie, ich weiß nicht, diese... Skillbaum kann man das ja nicht nennen. Aber ich fand so diesen ganzen Aufbau auch irgendwie komisch. Bin gespannt, ob sie das angepasst haben oder ob das genauso läuft. Wenn es genauso läuft, weiß ich wenigstens noch, wie es funktioniert hat. Das war ja auch keine Raketenwissenschaft, aber... Hm, ich weiß nicht. Das fand ich dann doch irgendwie... Egal, ob ein Sphérobrett bei Final Fantasy X oder von mir aus auch ein Crystarium aus Final Fantasy XIII. Eigentlich irgendwie ein bisschen... Bisschen catchier, falls es den Begriff überhaupt gibt. Keine Ahnung. So, warte mal, da ist eine Kiste. Wir haben aber aus der Entfernung aber auch eine Materia gesehen. Ach, die ist da oben. Okay, warte. Beides werden wir natürlich nicht liegen lassen. Es sei denn, ich komme da jetzt noch nicht hin. Oder finde den richtigen Weg nicht raus. Aber das wird doch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so kompliziert sein, oder? Ey, das war aber da oben. Ja, okay, warte mal. Ich kümmere mich mal erstmal um die Kiste. Weil die scheint unkomplizierter erreichbar zu sein. Was haben wir hier schön? Das ist ein Megatrank. Okay, unspektakulär. Aber zu dir will ich. Ach, hier kommt man ganz easy hoch. Ja, manchmal sollte man vielleicht auch zwei Meter geradeaus laufen. Dann ist nämlich die Welt gar nicht mehr so kompliziert. Äh, präzise Abwehr. Das war schon wieder Timing gebunden. Richtig oder richtig? Der Name lässt es zumindest vermuten. Präzise Abwehr. Stärkt präzise Abwehr. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Verlängertes Eingabefenster für präzise Abwehr. Hm. Keine Ahnung. Ich versuche es weiterhin mit meinem Kamikaze-Modus, der mich auch durchs letzte Spiel schon gebracht hat. Nicht immer lückenlos erfolgreich, aber ich habe es geschafft, ohne den Schwierigkeitsgrad drosseln zu müssen. Das ist jetzt auch keine Kunst. Ist mir klar. Aber, äh, kommt Zeit, kommt Rat. Wenn irgendwas ausmaximiert ist, wird er eh durchgeswitcht. Auch wenn ich, glaube ich, am Ende der, äh, des letzten Spiels noch super viel gar nicht maximiert hatte. Beziehungsweise meilenweit davon entfernt war. Ähm. Lass mich mal kurz überlegen. Die habe ich nämlich auch noch nicht analysiert, glaube ich. Die sind aber auch relativ schnell down. Hier kriege ich es jetzt aber noch hin. Das war, glaube ich, der erste. Nein! Jetzt habe ich es doch nicht hinbekommen. Aber den nimmt er mit. Gott sei Dank. Dieses große Insekt, das in Gebirgsregionen vorkommt, hat einen unstillbaren Appetit. Es verschmäht weder Pflanzen noch Tierkadaver oder andere Insekten. Mit seinen kräftigen Beinen springt es alles an, was sich bewegt. Nutze die elementaren Schwächen dieses Ungeziefers aus, um es schockanfällig zu machen. Okay. Wird, glaube ich, bei denen nicht notwendig sein. Aber irgendwann kommt es bestimmt von Kiyu, Widuns, äh, Mutter und, äh, Opa und Nichte und die zehn Schwestern. Und dann haben wir vielleicht ein Problem. Deswegen kann es erstmal nicht schaden, darüber informiert zu sein. Ist hier vielleicht ein Secret. Das wäre jetzt nicht so auf dem Präsentierteller, wenn es hier was gäbe. Da oben sieht man aber schon wieder die nächste Materie. Das machen die schon ganz gut. Ein immer schön anfüttern. Also bisher waren die halt auch nicht schwer zu übersehen. Aber das sind, glaube ich, auch eher so die Basics momentan, die man hier mitnimmt. Ich wette, es wird noch richtig viele richtig einfach zu verpassende Materie und auch andere, oh, und auch andere wichtige Items geben. Und das finde ich gut. Dann fängt es nämlich vielleicht irgendwann mal an, äh, belohnend zu werden, wieder Ränder abzulaufen. Das würde mir sehr in die Karten spielen. So, was haben wir von Automagie? Benutzt automatisch verbundene Materie, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das, äh, klingt eigentlich ganz gut. Ähm, das heißt hier, na, wobei, der würde dann die ganze Zeit die MP auch verpassen. Ne, das nehme ich mal nicht. Das ist vielleicht für so einen Bossfight, wo du gezielt willst, dass der die ganze Zeit Zauber XY anwendet. Vielleicht eine Überlegung wert, jetzt aktuell. Eher noch nicht. Also es ist schon geil, aber wir haben halt so wenig Slots, also auf irgendwas muss man ja am Ende des Tages verzichten. Und ich bin auch so ein Vitality Junkie, also TP-Boost. Ich weiß, dass manche mit TP-Boost irgendwie gar nicht oder wenig arbeiten oder das als nicht so sinnvoll erachten. Das ist ja bei den, bei den Soulspawn-Spielen auch immer so ein Thema. Vitality-Skill, ja, nein, vielleicht. Viele Pros sagen immer nein, aber ich finde das geil, eine lange Lebensleiste zu haben. Ich mag das in allen Spielen. Auch in denen, die nicht so schwierig sind. Und deswegen hat, äh, TP-Boost, oha, auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert und bleibt. Egal wie viele Anti-TP-Boost-Petitionen da draußen nach diesem Video aus dem Boden schießen werden. Und ich halte zu dieser Materia. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch ein paar Phönix-Federn mal mitgenommen. Das ist ganz gut. Die waren, glaube ich, äh, nicht immer so ein Schnäppchen. Da oben, hier irgendwo auf der rechten Seite, war noch die grüne Materia. Nicht vergessen, da zumindest mal rüber zu lunsen. Ja, aber ich bin hier gar nicht, oder? Da ist sie. Da ist sie. Genau, wie kommt man denn da hin? Das sieht nicht so aus, als käme ich. Von hier aus in die Richtung. Aber wir gucken mal. Was ist das gerade für ein Geräusch? Das klang gerade, als würde mir gleich ein Gegner in den Rücken fallen. Ach, hier ist schon wieder so eine Luftreinigungsmaschine oder wie auch immer das hieß. Was ist das hier? Einmal halten. Und was genau zu tun? Ach, vielleicht kann ich hier dieses Luftding einmal durchschieben. Und hier müsste nochmal der gleiche Text stehen wie beim letzten Mal. Ja. Kabel. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Kabelhinweis wichtig, weil das Kabel irgendwann reißt, wenn du diese Maschine hier zu weit weg schiebst oder so. Keine Ahnung. Aber ich würde zugunsten der Kabellänge... muss man eine L2 halten. Ja, man müsste das halten. Ich würde zugunsten der Kabellänge das einfach hier mal durch diese Tür schieben. Ich wette, das musst du sogar, weil das nach außen, also darum, wo ich gerade hingucke, wahrscheinlich zu weit weg wäre oder so. Keine Ahnung, kein Plan. Ich stelle hier wieder krude Verschwörungstheorien auf. So. Boah, äh, geil. 10.000 Jahre auf Final Fantasy Rebirth gewartet. Und jetzt darfst du hier einen Staubsauger bewegen. Einen wohlgemerkt etwas Pimpigen. Der wohlgemerkt auch keinen Staub saugt, sondern komische, ungesunde Mako-Energie. Aber das Prinzip ist das gleiche. Kannst schon mal für den zukünftigen Haushalt üben, Cloud, hä? Da komme ich jetzt nicht hin. Ey, das ist ja Müll. Boah, muss ich jetzt den ganzen Weg in dem Tempo... ...das Ding jetzt hier einmal rumschieben? Ich glaube, genau darauf läuft das hinaus. Okay, wir klemmen. Wir klemmen! Es gibt keine Lösung. Wir werden es nie schaffen. Hm, das Let's Play ist offiziell abgebrochen. Ich komme nicht weiter. Cloud ist zu dick für diese Tür. So, boah, ey, das jetzt hier zu koordinieren... Äh, warte mal, ich glaube, ich muss... Hä? Ich weiß nicht, wie ich das Ding jetzt so gedreht kriege, dass es da durchpasst. Das funktioniert gerade zufällig ganz gut. Oder dass es einfach so programmiert ist, wenn du es nach links ziehst, dass es sich automatisch in die richtige Richtung justiert. Ey, wenn ich jetzt... Äh, Gott sei Dank geht der jetzt weiter. Hätte ich jetzt hier nicht durchgekonnt, dann wäre ich in meinem Latein am Ende gewesen. Sehr gut. Endlich ist die Luft wieder rein. Ey, guck mal, hier könnten wir voll den Limbo tanzen unter der Schnur. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich weiß nicht, wie das mit elektrischen Schlägen aussieht. Außerdem ist Cloud hier noch albern genug. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre er bestimmt dafür zu... zu erheitern und zu begeistern. Ey, warte mal, ich bin von da gekommen. Moment. Ich habe ja hier noch dieses Thema offen. Ah. Ha, ha, ha. Ey, das hier ist die erste, finde ich. Man hat sie zwar früh von unten gesehen, wenn man sich genau umgeschaut hat, aber ich finde, wenn du hier oben stehst und, äh, Schlaubsauger-Man spielst, dann kann man das schon leicht vergessen. So. Und, äh, Meteor oder Meteorit ist, denke ich, auch nicht die allerschlechteste Option. Erstmal abwiegen, ob ich tauschen will. Ermöglicht den Einsatz von Meteoriten-Magie. Komet anwendbar. Hm. Das ist schon ein bisschen sexy, ne? Aber ich will erst mal Glut und Frost, glaube ich, weiter leveln. Wir brauchen unbedingt mehr Slots. Es geht schon wieder los, ey. Ich bin gerade mal in Folge 3 und habe jetzt schon das Gefühl, dass ich in Materia ersaufe, die ich nicht zum Einsatz bringen kann. Was hat denn das hier für eine Funktion? Über das Tor? Achso, das ist nur die Durchsage. Weil der Lift hat sich ja nicht geöffnet durch das hier, sondern durch den Saugvorgang selbst. Guck mal, es ist genau die gleiche Situation wie beim letzten Mal. Dann habe ich diesen Knopf gedrückt, weil wir dieses Zeichen hier nicht haben. Ich werde das jetzt hier nochmal so tun. Und wahrscheinlich macht es wieder keinen Unterschied. Und wahrscheinlich werde ich gleich wieder das Gefühl haben, irgendwas verpasst zu haben. Aber wenn das jetzt ein zweites Mal genau so abläuft, dann wirst du wahrscheinlich... Ja, jetzt kann ich das hier nämlich nicht mehr... Ach doch! Ne. Doch! Jetzt fährt der wieder runter. Das ist cool. Vorhin ging das nicht. Dann gucken wir mal, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht. Gerade eben habe ich das Ding hier gedrückt. Und wenn ich jetzt das drücke... Ey, guck mal, jetzt ist das Symbol hier gar nicht mehr. Das ist voll inkonsequent. Und warum ist das mal so, mal so? Ich werde trotzdem jetzt das Ding drücken. Und ich wette... Ich wette um alles, dass er jetzt wieder nach oben fährt. Weil das voll... Gar keinen Unterschied machen wird. Und genau so ist es. Aber man weiß es nicht. Fahrstühle sind auch seit... Seit der Dark Souls-Zeit immer so ein... So ein Kandidat für... Für Secrets, die man leicht übersehen kann. Hallo, Kiste. Na? Ich möchte gerne ein Tutorial auspacken, das mir sagt, wie ich meine Waffen leveln und upgraden kann. Ich fand es auch nicht so gut, dass man im Vorgängerteil, und das wird hier wahrscheinlich auch so sein, dass dieses Leveln an Waffen gebunden ist. Und dass du diese Effekte halt immer nur mitnimmst, wenn du die dazugehörige Waffe trägst. Das gibt den Waffen natürlich einen etwas höheren Stellenwert, klar. Dann fällt auch so eine taktische Komponente rein. Aber wenn du da eine neue Waffe findest, dann ist immer dieses Gefühl, finde ich, wenn du... Wo ist denn jetzt hier der richtige Weg? Dann ist immer das Gefühl, wenn du die alte Waffe ablegst, immer irgendwo auch ein schlechtes, weil du dir denkst, okay, alle FP, die ich da jetzt reingeballert habe, von dem profitiere ich jetzt ab sofort nicht mehr. Das ist so wenig langfristig, und dadurch fühlt sich das nicht so wertig an, sowas zu leveln. Wisst ihr, was ich meine? So, ich weiß immer noch nicht, ob oben oder unten jetzt der richtige Weg ist. Ich fand, oben sah sehr suspicious aus, weil das irgendwie so eine Treppe ins Nirgendwo war. Ey, ganz schön viele Elixiere. Das ist schon Nummer drei. Sind wir da unten lang gelaufen? Ja, das war der Staubsaugerbereich, ne? Ich bin jetzt nur zuerst nach unten gelatscht, weil Kiste in der Regel ein Indikator für optional ist. Und ich glaube, damit habe ich durchaus auch richtig gelegen. Oh, das sieht nach Bossareal aus. Okay, dann stürzen wir uns da mal rein. Was ist hier mit den Lichteffekten? Ich check das nicht. Ich werde mich da wahrscheinlich Abfolge 10 oder so dran gewöhnen, aber aktuell soll das so einen Spannungsbogen erzeugen, dass du immer in die Dunkelheit reinläufst und dann kommt plötzlich jemand um die Ecke und tut es, als würde er einen Lichtschalter gefunden haben. Komm, wie verstrahlt der jetzt schon wieder ist. Wir sind immer noch mitten in der Höhle. Wartet. Wie der immer so viel Sandgrün ist Materia-Wichter. Okay, warte mal. Erste Amtshandlung sollte eigentlich sein, Äh, Analyse zu konsultieren. Ja, ich weiß, das mit auf die Abwehr achten, das ist mein größtes Manko. Wir gucken mal, ob ich es auch ohne diesen Hinweis zu beherzigen hinkriege. Dieser Bewohner des Nibelgebirges ist durch Marco-Einfluss mutiert. Auf seinen sechs mit scharfen Klauen versehenen Beinen kann er problemlos die Höhlenwände hochlaufen und sich sogar an der Decke bewegen. Weiche dem Fangangriff der Kreatur aus oder befreie einen gefangenen Mitstreiter, um sie schockanfällig zu machen. Schockanfälligkeit kann außerdem hervorgerufen werden, wenn du eines ihrer Beine zerstörst, während sie an der Decke hängt. Und wirksam ist Feuer. Gut, dass ich meine Glut nicht abgelegt habe. Das wird sich hoffentlich noch... Ah, jetzt hätte ich ausweichen müssen. Das habe ich... Ich habe es gesehen, aber leider zu spät. Körperteile des Gegners zerstören. Bei manchen Gegnern können bestimmte Teile ihres Körpers anvisiert und angegriffen werden. Durch die Zerstörung dieser Körperteile können die Gegner geschwächt und mächtige Angriffe unterbunden werden. So kannst du das Kampfgeschehen zu deinen Gunsten beeinflussen. Ja, aber das im Kampfgetümmel so zu koordinieren, ich weiß ja nicht. So, warte mal. Er hat jetzt hier wieder ein bisschen was an Dings angehäuft. Linkes Hinterbein. Habe ich gerade ausgewählt. Hat er das genommen? Ich weiß es nicht. Das sah gerade irgendwie nicht so aus. Freunde sind füreinander da. Weil ich den jetzt befreit habe, gab es die Trophäe oder was? Keine Ahnung. Ich glaube, Sefirot zu steuern ist irgendwie zielführender. Äh, aber... Schockanfällig. Das sollten wir ausnutzen, indem wir uns ein bisschen mit Feuer austoben. Ja. Ey, der war doch... Warte, warte, ausweichen. Immobilisiert. Was war denn das? Normaler Limitschlag. Gehenstoß. Streiten die sich gerade? Warum bekomme ich hier schon wieder die Hälfte mit? Goma, konzentrierst du dich auf den Kampf und dann... Und dann geht dir die ganze Bromance kaputt. Was hat denn jetzt diesen Kombi-Angriff hier ausgelöst? Das erinnert mich so hart an Goma. Aus Ocarina of Time. Ja, sondern auch das Runterholen beherrschst du scheinbar gut, Cloud. Wolltest du uns das damit mitteilen? Äh, hatte der irgendeine Resistenz? Ich versuche jetzt einfach mal, den mit Blitz einzuzaubern. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ach, der hat auch Feuer. Äh, welches Bein nehmen wir? Ist eigentlich egal, oder? Nehmen wir mal das rechte Mittelbein. Okay, cool, jetzt ist er schockanfällig. Und nu? Äh, einfach angreifen. Jaja, wir sind gerade dabei. Äh, Fertigkeiten, Höllenporte. Achso, warte, warte, so eine Dings hier ist immer voll. Hä? Materia-Wächter? Irgendwas, irgendwas stimmt hier gerade. Ich bin nicht nach. Ja, warum kann ich mit... Ja, hatte mal wen steuere ich? Ich bin gerade bei Cloud. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Jetzt musste ich eigentlich ausweichen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Limits. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich deine Limitleiste auf. Bei einer vollen Limitleiste wechselst du in einen Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fertigkeit namens Limit ausführen. Limits verbrauchen keine ATB-Einheiten. Jawohl. So, warte mal, jetzt habe ich mich voll verdrückt. Acht Streich. Führt einen blitzschnellen Schwertstreich gegen den Feind. Aus, oder? Geht ja nicht. Na, wobei, man kann das auch ohne Aussagen. Hä, hat er das jetzt angewendet? Ja, jetzt. Okay, kommt auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Schön, wenn der im Schockzustand ist. Genau so muss das sein. So, dann ballern wir einmal noch Höhlenpforte hinterher. Ach, warte mal, Cloud kann jetzt auch tätig werden. Einmal den Mutangriff. Jawohl, dann haben wir ihn doch fast. Cloud einmal zu heilen wäre eventuell eine Option. Ich mache das jetzt aus, sonst raste ich dann schon wieder aus, wenn er mir hier wegstirbt. Und ich mich dann schon wieder ärgere, weil ich zu knauserig war. So, jetzt klettert er wieder nach oben, ne? Aber wir wissen ja, was wir zu tun haben. Wobei, nee, habe ich den gerade davon abgehalten? Der sieht schon geil aus. Auch wenn der einen komischen Haarwuchs hat, irgendwie. Ähm, was kommt jetzt? Angst. Ich glaube, der setzt jetzt zu seiner Limit-Attacke an. Sephiroth und Cloud Synchro-Fertigkeit. Sephiroth und Cloud Synchro-Fertigkeit, Kreuzspirale, kann nun eingesetzt werden. Verwende sie, um den Materia-Wächter hinunterzustoßen. Kreuzspirale lässt sich im Kommando-Menü unter Synchro-Fertigkeiten auswählen. Okay. Nehmen wir auch nicht. Deswegen wird jetzt erst mal abspiralisiert. Ja. Und plötzlich wirkt er gar nicht mehr so gefährlich. Jawollo. Das ist jetzt eine Animation immer dazwischen. Liegt mir das ein? Oder das war doch im, äh... Hier kann ich die nochmal einsetzen? Ne. So cineastisch war das doch gar nicht im Vorgänger, oder? Als habe ich schon wieder versäumt, auszuweichen. Wie dumm. Aber egal. Gesundheitsmäßig fehlt es uns gut. Als habe ich versäumt, das Bein zu attackieren. Das wäre, glaube ich, schon sinnvoller gewesen. Ich sehe gerade, dass der Part massiv Überlänge haben wird. Aber kann man nicht ändern. Wir sind kurz davor, den hier zu pläten. Und das werde ich jetzt nicht abbrechen. Irgendwas passiert immer bei Sephiroth, was ihm so ein ATB-Balken abzwackt. Hä? Warte mal. Ich habe den gar nicht mehr gesteuert. Ich ändere immer, ohne das mitzubekommen, den Charakter, den ich steuere. Muss ich ein bisschen besser aufpassen. Aber egal, der ist down. War ein cooler erster Boss. Bring es zu Ende. Ha! Gut gemacht. Hä? Er sich freut. Jetzt mach mal halblang. Also wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Ist so. Richtig. Das war er auch. Der Feind des Planeten. Diese obermiese Drecksau. Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Klar. Nur Geduld. Die Tragödie von Nibelheim wird alles ändern. Du wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drin aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Aber... Sorge du für ihre Sicherheit. tschö. Tschö. Tschö mit Ö. Wehe, mir passiert was. Droht sie einfach dem armen Gardisten. Gut, ihr Lieben. Ich werde mich jetzt hier keinen Millimeter wegbewegen. Ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier wieder, wenn ihr Bock habt. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein heute. und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.